Wir haben noch jemand anderen eingeladen, der auch noch ein bisschen was für uns singen möchte. Er kommt aus dem Land der pinkelnden Brunnenstatuen und der Pommes Fritz. Also insofern kommt er für mich in die engere Wahl und er macht tolle Musik. Genau so ist es. Mit IOTE Knowledge hat er 2008 einen super Hit erreicht. Und ist seit er immer wieder gern gesehen, er ist Gast in den Charts europaweit. Ja, und ich glaube vom Feeling her passt er wie kein anderer zu uns hierher. An den Wörthersee. Hier ist er mit You and Me, hier ist Milo! I wish you smelled a little funny, not just funny really bad. We could roam the streets forever, just like cats but we'd never stray. I sometimes love to be alone. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Malo!